ja boah, das geht einem nachherweile, kriegt man davon voll Kopfschmerzen, wenn ich die ganze Zeit zweimal höre von dem Sound einfach mute oh Nickel, was hältst du eigentlich davon, wenn du nichts mehr sagst? wir haben dich ja trotzdem noch lieb wir haben dich immer lieb, Nickel jetzt äh hört man nur so aus dem Hintergrund so, oder? weil ich könnte jetzt halt den Sound von meinem Headset runterdrehen, dann höre ich Ole nur noch im real life ich probiere das mal kurz aus dann höre ich Nickel, ne dann höre ich dich nicht mehr ähm so jetzt ist es schon viel besser, jetzt habe ich nämlich keinen Sound mehr hier auch, also jetzt höre ich die Minecraft-Sounds, ne? hörst mich noch? ihr hört die Minecraft-Sounds aber, weil die halt äh durch Flaps aufgenommen werden, bloß mein Mikrofon ist ja halt nur Wiedegabe Simon Simon guten Flug hä 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 witzig oh was sick ich find das auch so geil Max so ja ähm ich bin gerade bei euch, ne? ich werd euch jetzt richtig schön ärgern ok TP 1000 1000 guten Flug äh Alter das Echo ist mir äh also du kannst ja deinen Sound auch äh runterdrehen ja das benutzt aber nichts, wenn wir trotzdem Echo haben jod 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 na aber bei mir gehts jetzt eigentlich also ich hör jetzt dich nur noch einmal und zwar im real life da kann man sich kaufen bei Aldi oh geil oh geil gleich mal zuschlagen gleich mal zuschlagen ey Ola deine Mutter lässt sich für 3,50€ auf der Compos in die Eier treten deine Mutter lässt sich für 3,50€ auf der Compos in die Eier treten pach Alter das ist ein Witz du Lappen nee verstehe ich trotzdem nicht boah Digger oh wie findest du denn das hier die verstehe ich nicht was baust du eigentlich gerade von der Scheiße ah ne ich guck gerade wie man das machen könnte was hast du denn jetzt gemacht hab ich hier so ein Teil mit dazu gefügt ich überleg bloß mit der Tür weil die Tür müssten wir einfach und ich reiß das mal hier wieder ab ja ich find die Tür eigentlich gerade so wie sie ist ganz gut nein nein ist Nicke eigentlich noch ein Sky äh TeamSpeak ja und sagt er auch gerade was ja nein ah ich höre ihn ganz leise bei dir ah scheiße ich höre ihn ganz ganz leise bei dir mein Mikro leise machen ne ist ja nicht so schlimm ich werde ihn auch hören vielleicht so jetzt Nicke sag mal was hallo ich höre ihn immer noch also ganz ganz leise man ey das ist immer das Problem äh wenn man halt im real life zusammensitzt jetzt sag noch mal was Nicke guten Tag ja jetzt höre ich ihn nicht mehr HA ja und alter was soll das jetzt werden äh ich bin Nicke äh was denn wie ist das jetzt wenn ich ihn nicht mehr höre wenn ich kann Nicke mich zulabern achso ja Nicke was geht gar nichts das ist denn alles in der Aufnahme oder nicht warte mal das hier kann man auch noch ja Nicke was geht wenn ich wenn ich jetzt dich zulabere ist das denn alles in der Aufnahme ja kannst du ruhig machen weil die Aufnahme ist eh lustig achso lustig 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 tralalalala ich glaube er macht wieder den Ton an er hört dich wieder der Nicke ist wieder da boah oh er ist laut Nicke ist echt schön das fällt mir finde ich auch lustig ne lustig oh ich bin Nicke ja das bist du haha ich bin Nicke oh yeah das würde mich echt belasten das würde mich auch halt mich belasten belastend das kann nicht so sein doch kann es damit das kann nicht so angehen vergesst es immer wieder passen stopp doch noch Nicke ey auch perfekt ich weiß den ID aus den ID auswendig den ID rot oh ey Nicke wir lachten gerade nicht über dich was alles müssen wir tun das ist aber beleidigend sonst lachen auch immer alle über ihn ja weißt du wir machen hier irgendwas was er gar nicht sieht er lacht hä hä hm wie spät der Sound einfach gerade ankam ich platziere sowas oh drei Minuten später ich bin ein sehr fröhlicher Mensch ich bin ein sehr fröhlicher Mensch Alter dieses ist echt so echt mies ne oh mein Gott oh klatsch klatsch man hört nur so klatsch was war das war das jetzt das war jetzt nicht dein Handy oder so ne das war mein Handy und meine Tastatur die Halt's Maul. So, wir kommen zurück. Ich hab die Command-Blocks kurz enabled. Und... So, hier kommt noch einer hin und hier kommt jetzt rein. So, das ist gut. So, das ist gut. Das muss so sein. Ey, Ole. Da soll doch Timeset, äh, der hier hin. Ole, du Lappen. Ich hab doch Timeset, äh, eins hier, man. Ja, du zerstörstchen aber immer wieder. Ole! Ja, das wissen wollt's. Na, ich bin ja ar... Ole, alter. Kannst jetzt... Ole. Was denn? Kannst jetzt mal weiterbauen. Alter, total unproduktiv. Oh, Ole muss weiter rum. Ole, wieso hast du denn hier Time... Hier muss WetherClear 800 rein, äh 600. Äh, ja, nur weil... Hm. **** **** **** **** Ich zahle meines Vertrauens. Ich bin mal ganz kurz hier stumpf. Stumm. Du bist echt stumpf, ey. Was verwirkt mich hier mit den Zäunen? Nicht? Ja. Nämlich nicht. Ah. Dumme. Zu blöd aber auch. Zu blöd aber auch. Übrigens, wir haben noch vor, ein neues Display aufzunehmen. Gleich. Haha. Ja. Und was es ist, das werden wir noch nicht sagen. Loll, was machst du denn da? Loll. 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 Das kann doch hier so, so... Stehst du? Warte. So. Dann versuch's zu verstehen. Hä? Loll. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Pfff. Äh. Ohli, ich wollte sagen, das reicht, ja. Also es reicht. Na hier, jetzt können wir hier abschließen. Also hier so, dann wieder rumbauen. Komm mal her. Okay, ja. Aber jetzt muss ich mir kurz, äh... So. Das kommt hier so hin. Ich hab ja gar acht gemacht. Ähm. Ja. Ach ne, warte, das muss so hier. So, ja. Wir machen dann wieder halt, äh, zwei von diesen Teilen, oder? Also zwei von diesen Abschnitten. Ah, warte, ich, ich wüsste, wie das noch besser wäre, oder? Wenn wir das, also hier, guck mal, kann man nach vorne, diese Schicht hier, da geht das in einen Block, die nächste Schicht ist ja ein Block versetzt, dahinter, ja? Diese hier, ist ein Block versetzt. Dann würde ich diese, diese Zäune hier wieder ein Block davor machen, weißt du, so dass wir es, äh, so haben, warte. Weißt du, so. Guck mal, das Binko ist hier voll zu. Ja, Ole, willst du das so, wollen wir nicht mehr so machen? Ole, ich hab's gesehen. Baut, Alter, baut. Wollen wir nicht mehr so machen? So, wenn du die Ecke dann noch, äh, hinbekommen bist. Hm, muss ich probieren. Muss ich noch mal abweichen, oder? Nee, eigentlich so. Doch, eigentlich schon. Warte, warte, wie soll ich denn dann die Ecke machen? Ja, weiß ich nicht, deswegen meint ich ja, aber wie du das nicht machst. Warte, ich mach's so, und ich muss mir mal kurz was überlegen. Erstmal kommt hier ja in der Blöcke hin. Hier auch. Ich würde einfach sagen, wir machen hier ein ganzer... So. Ist auch auch schön. Warte. Warte. Und hier oben. Ich weiß nicht. Na, das ist irgendwie nicht so törfst. Lass mal wie vorher machen. Ja. Das andere war doch törfter. Ja. Okay. Da mach ich erst für diese Seite hier. Für diese hier. Äh. Boah, was ist das? Pff, lol. Wieso das? Das Spiel dabei. Ja, aber wir müssen ja aus dem Läge. Ja, aber kennt man ja. Ist belastend sowas. Ja. Ist belastet. Oh, du meinst. Spackt. Spackt. Ja, letztens. Spackenbaden. Absolut nicht. Ah, nee, ich weiß wie wir das dann machen. Warte. Wenn wir der Kanten haben, hier. Ja, gar nichts. Mh, dann machen wir das. Ja gut, hier einen auf. So, was hast du hier? Ah, so. Und das kommt dann wieder eins davor, weil das hier war ja schon eins nach hinten, ja. Also, Reni, ich zeig dir jetzt mal, wie ich das meine. Und zwar, Halt, Stopp. Hier die Ecke, will ich dir zeigen, wie ich das mache.